Wir sind ausgestiegen. Gucken ob wir den holen können. Der Cheap Break. Los. Der Schiff. Okay. Oh, drei Teams. Das ist nur hier. Ich habe noch eine Drohne am Start. Keine Sorge. Okay. Oh. Tia. Oh. In dem anderen Gebäude ist auch noch einer. Der ist gerade aufgeregt. Ja. Treppe hoch gegangen. Wo wir Leiter gehen, sind wir nachher, wenn wir abgenauern angeschossen werden. Er ist wieder runter. Ah ja. Aktivität. Achtung. Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Das ist ein zweier Team. Zweier Team, ja. Dead break. Das ist so lächerlich. Aufgeregt. Der hier unter der Schuss. Der K.O. Weint erledigt. Waffink. Das ist noch einer aufpassen. der geradeaus ich hab der ist hier oben hab der kämpft hier oben kapiert nice aber wie krass der mir gedrückt hat obwohl er nur seine normalen Waffen hatte das ist heftig ja ich zieh mir gerade nur einen Self-Rex ja was ist das scheiße ich bin leider an der Treppe hängen geblieben ey mein scheiß Charakter ich dreh mich um und er geht die Treppe hoch ey mann jetzt muss ich mich pushen du bist jetzt im Gulag kämpfe um erneut eingesetzt zu werden scheiße ja mann zum 2. ich schick's machen kann aber wenn du verlierst du dich auf Zeit deine Freiheit zu verdienen Soldat Plankgranate bereit machen für erneuten Einsatz oh mein Gott ich hab grad durch Betrug ein Fight gewonnen oh oh ah scheiße ah das kämpft wieder irgendeiner ab oh ja du kannst dich doch an die ganze Situation erinnern wo du beim Gulag dann beim Sniper hatten du dann jemanden einen Schuss gedrückt hast der ist sich umgekippt der Gegner hat dir einen Schuss gegeben und du warst dann tot ja ich glaub das ist jetzt so ziemlich das erste Mal dass mir das passiert ist nur dass ich an ihm denge war der jetzt gewonnen hat also mir hat der Gegner einen Schuss gedrückt ich hatte 9 AP ich hab ihr einen Schuss gedrückt der ging down kein Headshot nice man muss ja auch mal Glück haben ja hier aber die nein die das geht leider geht Lasta mal nach ungefähr hier bei stadium ist der meiste dass wir so ein raum mit ok tun mal gucken ob der schon gelootet ist sturmgewehr lokalisiert ich würde ja ich hab ja den pin gesetzt ja ich wollte eben self revive noch holen ok wieso hänge ich jetzt hier fest man hast sicherlich doch platten für mich ja warte oh ne quatsch wollte ich nicht jetzt kannst du dir auch self revive holen dann nochmals stadium ist nach oben ne ne nicht nach oben nicht da oben ja der ping wurde einfach nur auf oben gesetzt vom spiel aus weil ich auf der karte gepingt habe und wenn man auf der karte ist er dann immer oben aber das ist hier im stadium drin ich weiß nicht die auch erst in diesen zwei so eingefügt ich weiß nicht nein die haben es rausgenommen genau das war der op-raum da waren drei legendäre truen drin und zwar immer das haben die das haben die mit diesen update haben die das rausgepatcht schade ja wie viele platten hast du? ich brauche nur zwei nice wieder zurück kann ich selbst die nur du ne drohne kaufen ja mit den drohnen bin ich fertig ich brauche die munitionskisten jetzt im kauf wie viele hudl letztlich? sechs stunden insgesamt neue sicherheitszone gefunden da La z let's go ich habe nur eine auf reserve drohne hast du auch schon drohne nicht warte ich will das geld holt du dir noch was du kannst ja eine munitionsruhe kaufen die wird so jetzt du hast keine drohne mehr auf reserve ich habe cluster auch nicht schlecht sein es wird auf downtown zonen auslaufen dass ich mich am besten schon auf groß gebäude sind oder vielleicht ein kleines bisschen aber eigentlich habe ich habe aber keine snipers das problem dass du mit 50 umgehen kann sonst kann ich dir die ausleihen ja x50 ist auch eigentlich meine main sniper die ich übernehme das ding ist halt ich habe halt andere ausdenken ja das stört halt ein bisschen geil wäre wir noch irgendwie ein loadout kriegen würden eine zone 5er loadout den können wir eigentlich vergessen wenn das hier downtown ist ist außerdem ein Hedgehogsensor getroppt hier ist ein scharfschützengewehr die frage wohin ich glaube da jetzt schon irgendwie drauf ausrüstung markiert ich kann ja eins aktivieren ich muss ihn mitnehmen die frage auch ich sehe das kommt neue sicherheitszolle wird markiert es ist Im Haus, da siehst du die mittlere Rathaus, da ist der Halkorn nicht stark genug. Da wurde geschossen. Feindliche Drohne über uns. 49 Meter. Nein. Ja. Oh, das war Wischikos im Arsch gerettet. Unser Team ist in der Sicherheitszone. Ja. Was ist das für, dachte ich es mir doch. Unterwegs. Ich dachte es mir. Welche Waffen, die mich interessieren könnten? Ne, der hat nix. Ne, der hat auch nix, schade. Ich weiß nicht wie zum Dach. Gibt es da ne Möglichkeit sich vor nem Cluster irgendwie zu schütten? Wer wieder reingeht, glaube ich, ne? Kann man in das Gebäude rein? Ja, man kann da rein. Ne, ich würde da auch nicht hochgehen. Theoretisch, was wir machen könnten, ist, wir könnten den Eingang zum Dach abkämpfen und dann Cluster setzen. Dann pushen wir halt zum Eingang, dann können wir den machen. Das ist aber auch riskant wie die Ernährungsmude oder so. Ja, ich würd's, ich weiß nicht, also mit so Gebäude pushen. Ich hab halt, da hätt ich ja lieber ne MP für. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich. Weiß genug da? Wir machen jetzt der Eingang. Kriegen wir den? Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ich muss gleich pushen mit der Zone. Der wird auch schon. Hier, sollen wir die beiden in die Zone gehen, meinst du? Der wurde auch schon... Der ist schon weg. Achtung, da sind jetzt welche. Er wurde da... Einfach in die Zone. Guck mal hier auf das Gebäude drauf. Komm vor. Wow. 42 Meter die Richtung. Ne, ich bin schon gefahren. Okay, wir werden beschossen. Von hinten. Die Penner haben nicht im Visier. Lege uns hinter der Schuss. Denken. Ja, ganz. Weibliche Drohne über uns. Das Gas kommt. Weibliche Drohne über uns. Weibliche Drohne über uns. Unser Team ist in der Sicherheitszone. Hier könnten wir eine ganz nice Position haben. Ja. Mal hier ein bisschen chillen einfach. Auf die Dächer drauf. Da bin ich prinzipiell, wenn man hier auf die Dächer kommt. Problem von Downtown. Gute Sprung zu dir Sehen wir wo dahinten war, aber noch weg Ich rücke vor Jetzt werden wir die 50 Sekunden verweilen Von rechts? Rechts? Ja, 50 Wesens Oh Gott, können hier bleiben Das ist ja wirklich Ich sehe mal, da wo die Tür ist, mal Panzerbämminen Ja Wenn einer von der Tür pusht, dann wissen wir Bescheid Wenn wir Position tauschen Wenn ich hier die Ecke gehe Ich glaube, da komme ich mit meiner Sturm besser, klar Ja Aktivität Vorne war einer Was war denn da? Aktivität Okay, wir chillen, wir chillen, wir chillen Puschen sagt Bescheid Jaja Du hast ein bisschen rechts im Auge, dass mich jetzt keiner von der Seite weg holt, ne? Ja Ich hoffe, da geht's mit mir Dann schufe ich auf den Weg Dann schufe ich das Ja Ich hab mich mit dir 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 Gut gemacht. Das Blas breitet sich aus. Worte aus Steps, aufpassen auf die Meme. Äh, noch kein Hitmarker, das ist doch eine andere Explosion. Ja, die war hier vorne. Rechts kommt da, sehe ich da so ein Laservisier. Wo ist tatsächlich noch einer auf dem Dach irgendwo? Egal, lass die kommen, lass die kommen. Kommt einer? Fuck. Ja, der kann sich gerade landern. Ja, scheiß Dreck. Aber es war auch wieder so einer mit der FFAR, der kein Fußverfüchter gewirkt wusste wo ich gewesen bin. Ja. 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 Ja.